Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zurück zu Let's Play Together, GTA 5. Ich sag da nur, ähm... He he, hab ich's vergessen. Was wollte ich denn sagen? Ah ja, das wollte ich sagen. I got a hangover. Oh, I got a hangover. Oh, Titties schwingen rum. Oh, Englisch ist nicht meine Stärke. So, jetzt haben wir mal die... Oh, guckt euch mal die Karre an. Die hab ich auch schon oft gesehen, auf der Straße. Ja, warum wollen wir mal Fahrgeschäfte testen? Und da gibt's ja einen schönen Rummel hier. Jo. Jo, Frau, ciao. Jo. Okay. Also, Fahrgeschäfte testen. Und hauen die alle so ab? Ich tue doch keinem was. He he, verarscht. Oh, ein Hotdog. Ein Hotdog würde hier saugern essen. Hm, aber leider kein Geld dabei. So. Hä? Waren nicht hier irgendwo Fahrgeschäfte? Ach, da hinten. Achterbahn fahren. Fahrradbahn. Ah, das machen wir heute alles mal. Aber erstmal brauche ich einen Hotdog. Hallo. Ein Hotdog bitte. Ein Hotdog. Yo, Bro. Ey. Machst du mich so, ey? Machst du mich auch, ey? Willst du Stress oder was? Stress ohne Grund. Ein Dollar rein. Ah, jetzt müssen wir erstmal eine E-Cola trinken. Ich hab ja wenigstens noch Geld für eine E-Cola. Was denn das ist? Aber das ist keine E-Cola. Da ist der Rummel, Alter. Stirb. Stirb. Mist. Terroranschlag gescheitert. So. Das ist ein riesiger Kaktus. Ich weiß gar nicht. Bin ich überhaupt schon mal Achterbahn gefahren? Das ist mir ein bisschen zu langsam hier. Das kannst du vergessen. Das kannst du knicken. 15 Dollar. Das geht ja noch. Moin, moin. Yo. Los geht's, Alter. Wir fahren nach oben. Was? Da steht drücke Ding, um die Fahrt zu überspringen. Was soll ich da überspringen? Okay, es geht hoch. Leider Ausblick auf jeden Fall. Was ist das? Fader Morgana? Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, hör doch nicht auf. Ist da ein Whooping drin? Wuhu. Und jetzt Dreieck drücken und rausspringen. Ach, nee, es klappt auch nicht. Fallschirmsprung. Ohne Fallschirm. Oh, das sieht geil aus hier. Kann ich hier drauf? Oh, das geht nicht. Das geht nicht. Mal gucken, wer sich hier alle so bräunt hier. Oh, nicht schlecht, Leute. Guck mal, nicht schlecht an den Körper. Zielfernrohr mit Schalldämpfer drauf. Bling. Guck mal, wie er zappelt. Breakdance. Yo, what up, man? Wheat, wheat. I love wheat. Nee, Spaß, man. Genug gebreakdanced. Ist ja doch kein Spaß hier. Ah, das ist also keine Fata Morgana, Leute. Ich weiß, was ich jetzt vorhabe. Ich fahre da jetzt mit dem Jetski rein. Oh. Guck, kriege ich das mal an hier. Ach, komm, hau doch ab. Mach halt kein Breakdance. Auf jeden Fall will ich so ein geiles Schatzki haben. Und in diesen komischen Tümpel da rein stürzen. So. Los geht's, Trevor. Radio aus. So, gucken, wo der Tümpel ist. Ah, da müssen wir uns aber anlaufen. Oh, okay. Das sind hier Wellen, sag ich euch. Okay, los geht's. Volle Kraft voraus. Auf zum Tümpel. Hoffentlich schaffen wir das auch. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Die Sniper-Metalldämpfer. Kann man da oben vielleicht sogar noch ein paar Dinge abknallen? Ein paar Menschen? Da müssen wir aber erstmal ein paar Menschen finden. Oh, ja. Boom! Boom! Stirbt! Oh, Mist. Jetzt habe ich gleich die Bullen am Hals. Die kommen gleich, um mich zu verhaften. Ah, klar. Typisch Bullen. Yo, Surfer-Kabel. Yo, Bitch. Du kennst es. Da weiß ich schon, was ich tue. Mikro-MP. Das muss man merken. Oh, scheiße. Munition ist alles. Gibt es doch gar nicht. Ah, da frisst halt die Pistole. Schalldämpfer drauf hier. Und gute Nacht. Hey. Haut doch nicht alle ab. Ach, Mann, ey. Ihr seid Spielverderber. So. So. Was haben wir da? Schalldämpfer. So. Die Bullen. Kommt der hier? Scheiß Bullen. Kommt. Ich dachte, da vorne läuft ein Hund. Ja, ich bin hier. Hör mal. Mega-Sniper-Schutz. Schuss. Boom. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Ich wollte mich gerade ergeben. Vielen Dank. Oh. Ja, Leute. Das war Let's Play Together GTA 5. Und GTA Online funktioniert irgendwie bei mir nicht. Bin natürlich erst wieder nächste Woche online. Leute. Nächste Woche bin ich online. Und das bedeutet, dann kann ich auch GTA 5 online spielen. Wenn Rockstar natürlich alles wieder in den Griff bekommen hat. Hoffentlich. Ich sage immer, danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und See you later. Alle Gäder. Ciao. Ciao.